ja hi und warum mein name ist an die rt und bürger zurück zu let's play final fancy 7 remake ja in letzter folge haben wir uns hier aufgemacht in sektor 7 um uns schindler zu stellen und erst mal hinzufinden 120 meter höhe okay wir haben wir sind immer auf dem weg zum gebäude und ja ich habe sagt wir werden das ganze kapitel damit aufbringen erst mal dahin zu kommen mal schauen ja weil mich dass man analysiert und damit klaut drauf ich weiß er hat blitzen gewann hat werfen wir uns ausgehen kann hat er uns aus dem roboter so dann machen wir ein blitz war unsere restlichen mp die wir noch haben wird von heilen brauchen warum bei tut uns wegstoßen bin ich muss nicht mehr kommen kann ich auch vom weiten abschießen mehr oder weniger welt auch hier maximale wut auf schlinder hat ihn hat jetzt so mit seiner masse abgefangen er zeigt irgendwie die exklusion mit seinem bizeps einfach so weggeschubst und geben aus dem weg ich habe keine zeit ich habe keine zeit ich muss schön rassen aber auch kann man nicht irgendwie da rumlaufen und wir am boden hier so rum ich weiß dann müssen wir ein bisschen mehr krabbeln und klettern aber mit dem ganzen trümmern aber wenn ihr irgendwann einschätzen wir einmal runter weil dann sie war tot ist ein bisschen schlimmer als weil ich keine ahnung ist eigentlich keine gefahr außer wenn irgendwann einstürzen auf uns unterfällt naja aber da können wir ja mal weg was soll man hier bitte schon machen immer so voll stylisch wie in dem actionfilm uns noch irgendwo abseiten im letzten moment nachwart der mann hoch ist der richtige weg deswegen geben wir erstmal da ist auch hoch dreck nur wo ist das richtige hoch die mann das erste hoch ist das richtige falsche hoch deswegen immer da kann ich hier rein nein dauer jetzt noch hoch hier geht es ja gar nicht richtig hoch ich habe jetzt wenn schatz und so klein kam aber so eine portion geil schätze müssen für mich irgendwie was geiles zum namen wie waffen ausrüstung und so sind die für mich verschwendung irgendwie cool nichts kann ich irgendwas machen naja kann ich nicht durch mit so bereit mit mein schwert dabei habe ich noch das dünne schwert ich habe noch ein fehldeckeres wo ist das schilder gebäude ich habe noch nicht mal gesehen bisher ja fühlt sich verdammt gut an dass wir schilder jetzt endlich an den kragen gegen platz nicht vor gut ich habe maximale der ist einfach nur ein klick betritt einfach das gebäude auf einmal fängt irgendwie den seinen kopf so zu schildern und er explodiert wie so ein raud aus der system fehler er geht einfach da rein sie irgendwie so schön also da hat eine sache ich bin im paradis ich tue dem voll wie so das genau wie mit einem wege star wars old republic war für mal gezockt haben wenn wir auch immer dem sein charakter dauernd lustig eigentlich so weil nicht so muskelprozedieren wie alles kaputt haben wollen die sind irgendwie so einfach sich darüber lustig zu machen er hat sich sowieso über meinen charakter der ganze zeit lustig gemacht also ja fühle ich mich jetzt eigentlich nicht so schlecht darüber so wird richtig übertreiben wollte ich das machen ich glaube ich kann ich schlag einfach irgendwann bin nur glücklich und verschlagen kann warum sich auch kinese die und 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 die ins gesicht aber warte mal ich mache jetzt nämlich da wollte ich nicht machen und ich war getroffen wir kommen ja genau bank aus war wie es das spiel heute man gespielt hat genji days of the blade kann aber auch so muss geprotzt für den typ mit so einer riesigen keule irgendwie so ein sprung angriff machen kannst wo du weise nicht wie so ein bodyslammend wie so runter danach kommt es aus luft wenn ich irgendwann mein so ein graben gesprungen mit so gegner hier kommt bank im busch darf ich meinen kanal trailer drinne glaube ich wo ich aber irgendwann mal neun gemacht ich hab jetzt da sind dann auch der clip aber du hast dieses eisfeld und nicht herum oder was am gott dass wir tun dass wir tun nicht töten danke ah mein gott da geht immer weiter weg eigentlich sollte ich wie teile sind kostet irgendwie weniger und glaube ich genau so viel erwarte mal wissen da lang aber aber hier kann ich mich irgendwie abseilen anseilen das war darunter gefallen das ist ihr spiel vor lauf fünf wenn sie sie in die fallout edition haben wir schon jetzt noch mal hier spieler kann sie sind schon da gewesen hier sind vielleicht einige sachen nicht schon verpassen könnte vielleicht schon verpasst habe so du hast dich nach unten gucken barrett war er voll gruselig da kann ich nur mit einer hand da festhalten ich werde etwas weiter weg von mich ist ein bisschen zu nah dran ich mag menschliche nähe nicht so nach wird soll man denn hier wird schon kämpfen ich war ernsthaft dann übernimmt wir treffen er sagt voll verscheuert wie soll ich nun von ihr ausgetreten das macht auch ganz schön schaden ja und so daran denken weil kann sich mit chaka helden ich vergesse hat die ganze zeit 20 26 ok ok ich habe ja auch immer eine sechste aufrechten gesehen bisher hi und da schreif das ist einfach nicht locker noch ein kaputt jetzt geht es wir müssen immer in bewegen bleiben ja danke weil mich irgendwie an so eine kleine mission im hauer im schimmer gebäude mit mehr kugeln oh mein gott oh mein gott warum schießen du nur auf mich genommen auch jemand anderen los ist mit dem großen typen der so ein riesiges ziel ist das war es mit meinen not der metron von feinen fenster sieben wir sind es hier wer da kommt da so oder so ich habe sowas von gewusst das war so eine art werfer oder hätten es noch eine genau die gleichen ja war meine empfehlung nein ja ich kann ja nicht heran deswegen möchte ich den ja schock ja 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 ich muss durch den mons dieser pisse waren die nicht heran nach aber mein ram ist nicht nachgelegt schock da kommt immer jetzt alles so gut wie tot also wird hier ich mag wirklich eine kleine verzögerung ich habe geblockt macht jetzt ich glaube auch gegen ja kann ich nicht mehr an gut du bist dann zu wenn die ddb und fans sehr gut da ging doch noch ich baue definitiv er ist wieder weg wegen der ganzen heilung ja an diese diesen effekt werde ich mich nie gewöhnen er hat irgendwann mal im skyrim angefangen irgendwie in so einen dunklen ort zu so einen hellen ort hier wechselt und umgekehrt ja du gehst in der sonne und dann wächst sie so ein dunkler und damit es auf einmal so dunkel diesen effekt werde ich mich nie gewöhnen empfinden der welt stören irgendwie finden irgendwie alle neuen spieler haben hat mittlerweile hallöchen sind wir jetzt bald da ich bin bereit wir haben verdienen ja wer mich schon immer angreifen genauso noch nichts gebracht sollte man ja noch eisraucher machen wir den er ist ja sein ding sie aufgeladen hat dauert er hat einziges feuer ja aber da wollte ich gar nicht mit dem show können angriff machen aber aber zu dinge zu rechnen jetzt magie nein die leiter beim weg hat irgendeine krankheit oder so eine zustandsveränderung werde euch gehalten ob du ja dann dich sehr gut weiter geht es auch da ist zwar zum heilen gut und waffen muss ich auch mal langsam hier nachgucken ja meine waffen fähigkeiten wir haben schon ein paar zwei level schon wieder bekommen der ganz schön schnell ihr weg ich nehme an hier ist nichts neues ich meine neueste idee oder so jetzt jetzt lang da truhe mit gelbem lichtern ist glaube ich nichts besonderes nur gegen gift roll was muss ich da ein arbeit was muss ich mir jetzt hin hm irgendwo was zum abseilen oder so wo ich hin hier ja da ist der truhe ok ich habe sagt für hier oben wartet irgendwas oder auch nicht nach der wer so eine riesige platte irgendwo in der mitte gleich kommt so eine dicker poste hat weiß ich alles was das licht berührt dein königreich wir fahren diesen moment von vorne an und sie merken dass wir alle menschen sind machen wir klart du hilfst uns doch bestimmt wird nicht billig ja mag uns doch alle okay haben wir noch einen ruhigen moment was hier angeht nämlich an oder zeigt mir sogar mich hin lenken mussten zum fall das will ich mal sehen ja gut gemacht welt dass er wird sich wieder von rücken legen wo geht mir da wenn ich hier noch welche finden kann dann werde ich ja wohl irgendwann bestimmt noch die chance haben irgendwann mal die ausgeben zu dürfen aber wir müssen andere art glaube ich aber ich kann nicht mehr zurück und die kisten kaputt machen die kisten kaputt man kann auch ganz angreifen ich habe noch gar nicht drauf geachtet hier das konnte ich das konnte ich ja nur auf mich baller ich habe dir nicht was dann übernimmt wurde schon angedeutig nicht weiter da hätte man auf dem spiel erzählen ehrlich hat nicht witzig ich komme einfach nicht dazu ja jetzt bewegt sich natürlich weg ist klar ich muss mit cloud hier auch heilen kann ich mit dem die ganze zeit wird sie einsetzen aber macht auch gar keinen schaden gegen wind sauna ja wind hat auch erne ok ja ja hierzu kämpfen müssen wir sind jetzt bitte irgendwo wo wir dich besser treffen können das ist noch nicht vorbei aber das ist ein bisschen besser ja dann können wir gar nicht treffen jetzt kann ich treffen halbwegs ja unten endlich aber mein gott jetzt bin ich auch noch irgendwie vergiftet und was weiß ich was das ist glaube ich war ein sehr gut ich bin tot scheiße ich fühle meine beine nicht mehr aha man ist doch da oben weil ist das weg von mir so wem beschwören wir haben noch leviathan jetzt nicht nur leviathan sehen auch wenn er jetzt nicht so nicht die beste wert überhaupt leviathan du ich brauch zwei dinge ist klar ja macht 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 so leviathan höre meinen ruf ja erstmal fähigkeit ob auch als bei zwei kohle barrett mach mal ding ist ja wird schon klappen naja jetzt hätten den down kriegen aber mein gott schon wieder was soll ich mich dagegen machen da und schon wieder weg weg vom fenster ich kann noch nicht mal dazu irgendwas mit leviathan zu machen ich mag die post kämpfe in dem spiel echt nicht ich habe jetzt lange an na sehr gut aber gut er wollte erst am boden hat er gerade gemacht aber du kannst jetzt gut noch einmal die tage uns alle voll auf 2 ein jetzt geht mir das ding ja nur die ganze vernerven oder was und da verfolgt natürlich wieder nur mich ne ja ehrlich ne bei mich hat den grad wieder fast geschützt natürlich der weg zu wieder seine phase und ich komme da nicht dazu irgendwie war zu machen also kacke als jeden fall also man kann nicht selber damit abschießen kann ich damit selber abtreffen jawohl du idiot nein nein das gibt es jetzt nicht okay dann macht den kommt ein bisschen einfacher dann kommen wir ja hat weil ich meine nacht bleibt erlaubt steht eine weile glaube ich das bleibt die ganze zeit stehen in der bewegung jetzt habe ich ja das aber ja jawohl da kann damit getroffen werden cool gibt es auch aufgehören aber warum geschockt limit das macht dann jetzt fällig wo 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 mit besser sehr gut da war gut explodiert explodiert warum rettet mich niemand ja gut gut gemacht team ich hatte schon mal besser als jeder achterbahn fahrt na dann weiter dabei also auf in die höhle des löwen okay pizza ungenießbar okay da war ich jetzt ein ganzes kapitel diesen ganzen part müsst ihr euch jetzt eigentlich wegdenken im original sind einfach die wand hochgeklettern direkt in der gebäude denn 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 ja genau so weil so wirklich wieder noch viele jetzt sind die dann alle drei an posen oder auch nicht wird also muss jetzt zwei videos werden mit zwei intro wieder machen Oh, bitte sag mir. Bitte sag mir, ich kann auswählen. Bitte, bitte. Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Ach man. Jetzt gleich im nächsten Part, warum ich so enttäuscht bin. Na gut, dann würde ich aber sagen, ich bin die Partie in der nächsten Folge machen wir uns dann auf ins Schindra-Gebäude. Diesmal wirklich. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön für Zuschauer. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn der Anteil ist, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020